Gute und wieder herzlich willkommen hier aus dem schönen Cube Store in Göttingen. Ich bin der Daniel, der André unterstützt mich heute wieder tatkräftig und hat die beschwerliche Reise aus Hildesheim auf sich genommen, um wieder ein hervorragend schickes Rädchen aus dem Portfolio der Marke Cube vorzustellen, André. Erzähl mal ein bisschen was über das Fahrrädchen. 2023er Modell ist klar. Action Team kennt, glaube ich, auch jeder, der mit Cube irgendwie schon mal in Kontakt geraten ist. Gibt's ja schon eine längere Zeit. Genau, gibt's schon eine längere Zeit. Ist eigentlich auch so ein bisschen das populärste Modell, sag ich mal vom Namen her. Ist allerdings nicht die Ende der Fahnenstange, rein technisch gesehen, denn Ende ist dann immer die SLT-Variante. Dennoch ist das Action Team schon extrem gut ausgestattet. Aber lass uns erstmal so ein bisschen allgemein drüber sprechen. Das 160er Action Team, der Name sagt schon, ist das Bike mit dem meisten Federweg. Also wir haben hier im Moment vier Kategorien. Die 120er, die 140er, das 155 und auch die 160er. Das heißt, hier haben wir den meisten Federweg. Dadurch aber immer die Kombination 27,5 Zoll Laufräder. Das heißt, auch wenn wir bei den kleinen Rahmen, zum Beispiel S, haben wir keinen Size-Split drin, weil alle Bikes von S bis XL alle 27,5 Zoll Laufräder fahren. Alle 160er Stereos haben grundsätzlich auch immer Carbon Hauptrahmen. Aluminium Umlenkhebel, Aluminium Hinterbau. Und was sicherlich bei dem Bike schon auffällt, ist natürlich Kashima Beschichtung. Das gibt's tatsächlich erst ab dem Action Team. Aber von Damir, lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen über die Technik sprechen. Genau. Ja, vielen Dank, André. Wie gesagt, auf jeden Fall schön, dass du wieder hier bist. Würde ich sagen, fangen wir, wie ihr das von mir schon kennt, wieder schön oben im Cockpit an. Wir fangen erstmal mit den technischen Details an. Die Drive-Unit lassen wir erstmal ein bisschen dran. Genau. Sind hier wieder im Newman-Bereich ausgestattet. Was den Lenker angeht, haben wir ein 78er RISEPAR drauf. Steuersatz und Vorbau sind hier von ACROS. Finde ich ganz cool. Ist der eine ein Fünftel-Zoll-Vorbau. Das bedeutet, alle Zugführungen, alle Elektrik-Leitungen gehen vorne in den Steuersatz rein und kommen wirklich erst da wieder raus, wo sie gebraucht sind. Sprich hinten bei der Bremsanlage. Innen verlegt natürlich zur Dropper-Post und die ganzen Elektro-Verbindungen, die an den Motor gehen. Heißt halt auch, dass wir hier vorne komplett clean sind. Genau. Die haben weder rechts noch links Kabeleinzüge. Also wirklich das einzigste Zugführung oder Kabel, was du siehst, ist halt hier die Bremsanlage. Die geht natürlich logischerweise nicht durch den Rahmen zu legen. Einfach wegen dem Federgabelsystem. Genau. Ausgestattet sind wir hier im Shimano Deore XT Bereich. Wir haben die BAMT 8120 Bremsanlage drauf. Wieder schön die One Finger Bremshebel von Shimano mit der Griffweiteneinstellung. Schöne Haptik hier mit ein paar Pins drauf, dass wir die Bremse auch wirklich gut unter Kontrolle haben. Die führt runter zu der Vierkolben Bremsanlage. Zwei breite Bremsbeläge drin. Hier hat Cube natürlich auch mal ein paar schöne Ice-Tech Scheiben spendiert. An Vorder- und Hinterrad? An Vorder- und Hinterrad. Beides übrigens 203er Bremsscheiben vorne und hinten. Ice-Tech ist natürlich schon was richtig feines. Aluminium Kern, Stahl Außenhülle. Bringt natürlich noch mal Gewichtsersparnis mit und bremst sich halt auch wirklich sehr sehr gut runter. Und hilft uns vor allem auch bei Hitze. Das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt längere Abfahrten hat. Und ich sage mal ganz frech, das ist definitiv ein Fahrrad, wo man auch im Alpinengelände unterwegs sein darf. Na klar. Hat man immer öfter mal das Problem, gerade wenn ich jetzt längere zügige Abfahrten habe, dass so ich sag mal mehr oder weniger die Standardscheiben oft so den Hitzetot sterben. Also da ist Verzug drin. Verziehen sich halt einfach. Genau. Ist halt hier ein bisschen cooler gelöst. Das heißt praktisch der Reibring, der Stahl-Reibring ist praktisch entkoppelt. Genau. Durch die Lagerung im Prinzip auf dem Aluminiumstern und sieht natürlich optisch. Sieht super aus. Also das ist auch das so, was ich, wenn ich mit einer Shimano Bremsanlage fahre, ist das tatsächlich das Erste, was ich mir nachrüste. Ein paar XT. Ist ja in der Regel XT Ice-Tech. Genau. Und ich tue mir tatsächlich auch noch ein paar Bremsbeläge mit Q-Rip machen. Also quasi auch Ice-Tech Beläge. Gut, das kann natürlich jeder machen, wie er will. Der ein oder andere ist da ein bisschen, ja, gibt sein Geld halt lieber für sowas aus, wie ich zum Beispiel. Der andere geht halt gerne fünfmal die Woche essen, obwohl das bei mir ja auch schon so aussieht. Aber kommen wir mal weiter zum Schaltsystem. Schaltsystem haben wir hier oben auch schon. Shimano Deore XT Trigger. Ist ein Zwölffach-Trigger, logischerweise. Wie gesagt, kannst du hier beides rückwärts schalten, kannst du mit beidem, also runterschalten kannst du mit beiden Fingern. Kannst entweder einen Pistolengriff machen oder schaltest mit einem Daumen. Die Besonderheit ist hier, dass wenn wir mit dem Daumen auch runterschalten, können wir gleich zwei Gänge auf einmal schalten und mit dem großen vier Gänge nach oben. Und es ist halt einfach knackig. Du drückst kurz drauf und hast geschaltet. Das ist halt wirklich eine schöne Geschichte. Wir gehen nach hinten dann zum Shimano Deore XT Schaltwerk 8100. Es ist komplett bis auf die Bremsanlage die 8100er Gruppe. Zahnkranz haben wir hier 1051. Oben wieder die zwei Titanblätter. Genau, mit dem schwarz angedeutet. Genau, oben die zwei Titanblätter, die wirklich auch wirklich sehr robust sind, wenn die Schräglage der Kette dazukommt. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, hier fahren wir nicht nur mit Muskelkraft, sondern hier fahren wir halt auch mit einem sehr, sehr starken Antriebssystem. Aber da kommen wir dann gleich noch mal dazu. Herzstück vom Fully ist natürlich immer Fahrwerk. Hier sind wir natürlich wirklich sehr, sehr robust ausgestattet. Wir haben vorne die Fox Factory Fit 4. Das ist eine Federgabel mit 38er Standrohr. Also auch beim Bremsvorgang. Wenn die Vierkolben-Bremsanlage wirklich richtig zu langt, wird es in der Regel auf keinen Fall passieren, dass sich die Gabelholme aufschaukeln, dass die Standrohre sich aufschaukeln. Wir haben direkte Kontrolle wirklich auf den Asphalt, auf den Trail, egal wo wir uns mit dem Rad bewegen. Wir haben die Möglichkeit, die Gabel zu blockieren auf der rechten Seite. Wir haben die Möglichkeit, wieder Pedalwirkung einzustellen. Das heißt, wenn wir in die Pedale treten, dass wir das Gabelsystem so einstellen können, dass wir nicht komplett durchfedern. Auf der rechten Seite unten logischerweise wieder die Rebound-Funktion, Intensität der Federgabel. Ja, also ich sage mal, die 38er an sich bietet eigentlich unglaublich große Ressourcen. Ich behaupte immer vorsichtig, dass ein Großteil unserer Kunden, vielleicht auch wir selbst, gar nicht das volle Potenzial der Gabel ausnutzen. Gehe ich in der Regel eigentlich auch von aus, genau. Hier vielleicht auch mal noch ganz interessant. Die Frage habe ich jetzt des öfteren bei uns in Hildesheim mal gehört und zwar die 38er Gabelsysteme oder auch die 36er. 36er auch, ich wollte es gerade sagen. 36er haben das auch, aber im 34er tatsächlich noch nicht. Also wenn ich jetzt eine 140er SLX zum Beispiel habe, da sind sie noch nicht dabei, haben wir hier so schwarze Ventile. Das sind tatsächlich auch Ventile und zwar sind das, ich sage mal, Evakuierungsventile, sage ich mal, um im Prinzip den Luftdruck von außen in den Gabelrohr anzupassen. Manchmal hört man das auch und zwar, wenn die einfach mal auf diese kleine Entlüfterventil, ah doch, man hat es leicht gehört. Das heißt, die Gabel passt sich dem Umgebungsdruck an. Das sind dann wirklich so kleine Details. Wenn ich wirklich im alpinen Gelände unterwegs bin, ich verliere ein paar hundert Höhenmeter, vielleicht sogar tausend Höhenmeter, dann kann ich die Gabel im Prinzip evakuieren. Also das finde ich natürlich eine starke Sache. Im Großen und Ganzen ein sehr, sehr performantes Fahrwerk vorne wie auch hinten. Genau, hinten haben wir den Fox Float Factory X, was ein Doppelkammerdämpfer ist mit einem Biggie Pack. Also der hat wirklich richtig Reserven. Ich fahre es ja an meinem TM. Wie gesagt, fahre ich hinten tatsächlich nur mit 235 PSI, weil ich halt auch den Biggie Pack zur Verfügung habe. Bei jedem anderen normalen Dämpfer, bei jedem Single Dämpfer müsste ich Maximaldruck fahren, 365 PSI. Dann arbeitet der Dämpfer aber auch bei weitem nicht mehr so ausgewogen, wie wenn ich wirklich in dem Bereich 200 bis 250 PSI bin. Dann kann man wirklich und gerade dann auch durch Kashima decoded, das Ding, das lässt sich wirklich ganz, ganz fein einstellen durch den Rebound, wieder durch die Geschichte, dass wir auch die Pedalwirkung mit einkalkulieren können und dass wir die Möglichkeit haben, den halb und stückweit ganz zu blockieren. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal über dieses Kashima decoded gesprochen. Der eine oder andere Zuschauer vielleicht nicht ganz klar. Wenn wir Kashima sagen, meinen wir damit hier diese goldene Beschichtung. Das finden wir einmal an der Dropperpost, an den Gabelrohren vorn und natürlich auch am Dämpfer. Diese Beschichtung hat einfach den unschlagbaren Vorteil, dass wir ein sehr, sehr geringes Losbrechmoment haben. Das heißt, das Fahrwerk, ich spreche jetzt mal speziell beim Fahrwerk, beim Dropperpost komme ich gleich dazu, das Fahrwerk arbeitet sehr, sehr fein. Das heißt, wir können auch wirklich in Nuancen mit dem Luftdruck im Prinzip spielen, individuell aufs Fahrergewicht anpassen und wenn man vielleicht die Möglichkeit hat, sogar mal ein Fahrrad im Vergleich zu fahren, vielleicht mit RockShox Fahrwerk oder auch mit einem Fox Fahrwerk aus der Performance Linie. Merkt man sofort. Merkt man auf jeden Fall sofort. Ja, was wir halt auch sehr wichtig finden, was bei uns in den Stores halt auch gemacht wird, was ich halt bei vielen, vielen anderen Stores oft sehe, dass das einfach nicht stattfindet, ist, dass man mit dem Kunden, wenn er schon ein Rad in dem Preissegment sich bei uns anschafft, dass wir uns einfach die Zeit nehmen und ein vernünftiges Setup einstellen. Setup geht für mich bei der Sattelhöhe los. Dann stellen wir den Druck der Reifen ein, dann stellen wir den Luftdruck der Dämpfer ein, dann stellen wir den Rebound ein, das machen wir alles mit dem Kunden zusammen. Da wird nicht einfach nur nach Körpergewicht die Luft aufgepumpt, sondern das Setup muss vernünftig eingestellt werden und dann hat der Kunde auch wirklich Spaß mit dem Fahrrad. Dann wird das Fahrrad dann auch wirklich artgerecht gehalten und es macht auch wirklich das, was es soll. Es geht über verblockte Trails und Baumwurzelfade und das Rad bleibt wirklich komplett ruhig und das ist der Sinn von einem vollgefederten Fahrrad. Es macht halt immer wenig Sinn, wenn ich einen Haufen Geld für ein Fahrrad ausgebe mit einem mega geilen Fahrwerk und ich stelle das Setup nicht ein. Das sollte wirklich, die Zeit sollte sich genommen werden. Die Zeit nehmen wir uns in all unseren Stores, weil das ist auch einfach Nachbetreuung. Fahrräder verkaufen kann jeder. Service ist bei uns tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja, ich sag mal, letztendlich ist es ja auch immer ein bisschen individuell. Also wir merken es ja auch oft, wir fragen die Leute auch, was habt ihr jetzt konkret mit dem Fahrrad vor? Ist das eher so der Begleiter zur Eisdiele oder habt ihr damit wirklich vor? Ja, wie man mag. Also ich sag mal, da gibt es verschiedene Geschmäcker. Ja, na klar. Gerade mit dem Action-Team ist man natürlich schon recht auffällig unterwegs. Das ist vom Design jetzt nicht so leise wie vielleicht ein anderes Modell. Aber nein, genau das gebe ich dir absolut recht, Daniel. Es ist super wichtig, gerade wenn man so eine Hightech-Maschine hier dann auch bewegen möchte, dann ein vernünftiges Setup einzustellen. Ja, den Kunden halt auch einfach zu sagen, für was das auch alles... Was es auch kann. Also dass sich der Kunden auch mal rantasten kann und sich auch was traut. Ich sag mal, bei dem 160er Stereo ist es ja auch so, dass der der ein oder andere Fahrfehler auch einfach geschluckt wird. Definitiv. Machen wir uns nichts vor. Das heißt, vielleicht auch für einen nicht so versierten Fahrer ist das vielleicht auch eine tolle Alternative. Genau. Dann sagt das auf, ich habe vielleicht vor, im Alpinis-Gelände unterwegs zu sein. Bietet sich das im Prinzip schon an, ein bisschen mehr Fehlerweg zu nehmen. Das Setup vielleicht ein bisschen weicher einzustellen, so dass die ein oder andere Unebenheit oder die Wurzel, die man vielleicht übersehen hat, dann doch einfach vom Fahrrad weggeschluckt wird und man bequem im Trail weiterfahren kann. Genau. Ja, ich würde sagen, noch eine Kleinigkeit zu Drive-Unit. Die ist tatsächlich, sollte in der Regel mittlerweile den meisten bekannt sein. Hier arbeiten wir mit dem Performance Line CX. 85 Newtonmeter Drehmoment ist das Antriebssystem. Ist der Klassiker mittlerweile Generation 4. Hat hier schön Bodenfreiheit. Bei den 140ern, 160ern hat er mehr Bodenfreiheit. Bei den 120ern, die mehr als Allroad ausgestattet sind, geht er ein bisschen spitz auslaufend nach unten. Genau. Sieht man auch an der Motorposition vielleicht ganz interessant zu sehen. Das heißt, die, die sich im Store bei uns vielleicht ein bisschen genauer umschauen, man sieht es tatsächlich schon an der Motorposition. Hier liegt der Motor eher flach drin. Im 120er steht er ein bisschen steiler. Genau. Also das kann man auch schon rein, ob du schon erkennen, welche Federwege haben wir in dem einen oder anderen Video auch schon mal gezeigt. Ich meine, ja, zum 120er, glaube ich, haben wir schon einige Videos gemacht. Man kann es erkennen, ansonsten seht ihr es später auch im Detail. Durch das Modular Battery System haben wir die Möglichkeit, bei den Rahmengrößen S bis XL den 750 Watt Akku zu verbauen. Letztes Jahr war es bei den ein oder anderen Modellen halt noch nicht möglich, im S-Bereich den 750 Watt Akku zu verbauen. Aber da Cube halt alles smart im MTB System macht, mussten sie sich halt was einfallen lassen, damit der große Akku verbaut werden kann. Und das ist das Modular Battery System. Das finde ich halt total abgefahren, dass wirklich die maximale Akku-Power wirklich in jeder Rahmengröße gefahren werden kann. Ja, oben standardmäßig natürlich das Kiox 300 Display mit allen möglichen Funktionen, Höhenmeter, Durchschnittsgeschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Reichweitenanzeige, die LED Remote. Ich persönlich bei meinem Rad, bei meinem TM, was ich ausschließlich im Trail fahre, habe mir die Displayeinheit gänzlich abmontiert. Ist sie auch möglich. Das heißt, ich fahre nur mit der LED Remote. Ist in der Regel was, was mir weniger im Trail kaputt gehen kann, wenn ich mal stürze. Deswegen habe ich mich halt dafür entschieden, das wegzumachen, weil wir uns mit der E-Bike-Flow-App sowieso mit dem Fahrrad verbinden und sowieso alle Tourdaten auf dem Fahrrad, auf dem Handy angezeigt werden. Ich sag mal, das ist eigentlich so ein bisschen das, was Bosch hervorhebt, finde ich zumindest. Diese Flexibilität. Genau, Indubonialität. Das heißt, wir haben die LED Remote grundsätzlich immer auf der linken Seite und der Fahrer oder der Eigentümer kann im Prinzip entscheiden, möchte ich kein Display fahren wie du zum Beispiel? Möchte ich ein Kiox-System fahren? Möchte ich statt dem Kiox-Display vielleicht, also Display abnehmen, den Smartphone-Grip fahren? Das heißt, wir nutzen das Smartphone als Tacho oder nehmen wir vielleicht sogar nur den Intuvi 100 als kabellose? Per Plug-and-Play. Total easy, von Cube von Bosch auf die Reihe gestellt. Reicht für die meisten im Prinzip völlig aus. Dort haben wir auch alle wichtigen Informationen. Da muss nichts umgebaut, angebaut werden. Und insofern, Bosch muss ich sagen, top. Das System bleibt auch noch einige Monate als aktuell erhalten. Da kommt jetzt erstmal so schnell nichts Neues. Und insofern denke ich, ist das auch ein sehr solides System, gerade weil es funktioniert. Thema Navigation etc. Da haben wir aber schon viel dazu gemacht und auch gezeigt. Da gibt es auch stundenweise Videomaterial hier auf YouTube. Also insofern glaube ich, gibt es da nicht viel Neues zu erzählen. Was ich interessant finde noch beim Action-Team, weil ich bin ja immer so ein kleiner Detailverliebter, ist jetzt hier auch der Carbon-Lenker, der tatsächlich dann auch ein orangenes Skillig hat. Finde ich ziemlich cool, gerade weil sich das auch ins Design komplett mit einfügt und eigentlich nochmal so die Hochwertigkeit des Action-Teams dann auch zeigt. Was André eben schon gesagt hat, hier gibt es keinen Size-Split. Das heißt, wir fahren durchgängig mit 27,5 Zoll Bereifung. Hier haben wir wieder eine Mischbereifung drauf. Ist der Magic Mary und die Big Betty drauf. Beide in der Supersoft-Mischung. Hier diesmal aber auch mit der gleichen Breite. Vorne 2,4 und hinten 2,4. Wie ich in dem einen oder anderen Video auch schon gesagt habe, guckt, dass er mit den Rädern nicht ganz so viel auf dem Asphalt fährt, weil wir haben wirklich eine sehr weiche Gummimischung drauf. Das ist in der Regel, wie wenn du den ganzen Sommer mit Winterreifen durchfährst. Du hast einfach einen höheren Verschleiß. Sollte darauf zu achten sein. Was mir jetzt natürlich noch sehr wichtig wäre, mein kleines wandelndes Datenblatt. Was wiegt das Schätzchen? Was kostet das Schätzchen? Für was muss sich die EC-Karte freischalten lassen? Also für dieses schöne C62 Action Team ruft Cube 6.899 Euro aus. Unter 7.000. Unter 7.000 Euro. Mit kompletter Fox Factory Ausstattung inklusive Kashima-Stütze, Carbon Lenker, Kiox Display, 750 Wattstunden. Also das größte Akkusystem, was Bosch im Moment am Markt hat. Absoluter Kampfpreis meiner Meinung nach. Die Komponenten glauben... Ist mir jedes Mal ein Rätsel. Ich verstehe es auch nicht, aber ich muss sagen, herzlichen Dank nach Waldershof. Das macht ihr top. Definitiv. Wir sind froh, dass wir solche Bikes dann auch zur Verfügung gestellt bekommen und halt auch an unsere Kunden weitergeben können. Ich denke, mit knapp 24 Kilo, kommt jetzt ein bisschen auf die Rahmengröße drauf an, ist es jetzt auch nicht super schwer. Ist nicht super leicht, aber auch nicht super schwer. Genau. Wir dürfen nicht vergessen, großer Elektromotor, großer Akku, Aluminium-Laufräder sind noch verbaut. Der Akku ist halt einfach... Logischerweise hast du mehr Zellen, hast du einfach mehr Gewicht. Wenn der Akku raus ist, sind wir fast fünf Kilo weniger und das muss man einfach berücksichtigen. Entweder möchte ich eine maximale Reichweite haben oder ich möchte halt weniger Gewicht haben. Man kann natürlich auch variieren. Es ist natürlich auch ein 625 Watt Akku einzubauen oder ein 500 Watt Akku einzubauen, wenn man auf den Hometrails nicht ganz so viel Reichweite braucht. Kann man natürlich von uns aus nicht frei konfigurieren, aber man hat natürlich jederzeit die Möglichkeit, sich so einen Akku anzuschaffen und den nachzurüsten. Und dann hat man natürlich nicht ganz so viel Reichweite, aber wieder weniger Gewicht. Oder vielleicht, ich sag mal, für diejenigen, die sagen, ich hätte gern ein bisschen weniger Gewicht, gibt es natürlich noch die 155 Modelle. Genau. Dort haben wir dann tatsächlich dann Vollcarbon, haben wir zwar etwas weniger Federweg, haben aber dafür dann den Vorteil, dass wirklich auch Hinterbau etc. aus Carbon sind. Bei der SLT-Variante haben wir sogar Carbon-Lauffehler drin. Also dort ist es sogar möglich, unter 20 Kilo zu kommen. Je nachdem, was man so haben möchte. Ich sage hier, dass ein Top-Begleiter auch für den Anfänger, wenn der Geldbeutel es hergibt. Absolut cooles Teil. Definitiv. André, ich würde sagen, wir haben mal wieder einen hervorragenden Job gemacht. Ja, Daniel, ich glaube, du hast den Zuschauern etwas Nettes rausgesucht. Ja, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Und ich bedanke mich immer. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass du die Räder auch mal frei machst, das mal ein Video zu machen können. Ja, das stimmt tatsächlich. Die Nachfrage ist natürlich immens hoch. Man hat natürlich wirklich Glück, wenn man so ein Rad dann mal im Store stehen hat, hat man die Zeit, wirklich auch ein Video darüber zu machen. Weil sonst in der Regel mit gierigen Händen aus den Händen gerissen werden, logischerweise. Wolltest du das Bändchen auch schon wieder abmachen? Für all diejenigen, die jetzt in den Kommentaren schreiben, ich hätte es gerne. Leider nicht. Das Modell ist auch schon wieder verkauft. Ja, gestern, vorgestern. Insofern herzlichen Dank dafür, dass ich wieder vorbeikommen durfte. Dafür nicht. Ich habe mich total gefreut. Danke fürs Einschalten. Wenn ihr Fragen und Kommentare habt, schreibt es gerne unten rein. Daniel beantwortet das. Ich bin immer nicht so… André hat da nicht so viel Zeit für. Ich mache das dann. Genau. Alles klar. Wir bedanken uns erstmal fürs Einschalten. Wir freuen uns aufs nächste Video. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Wir verbleiben erstmal mit dem sportlichen Gruß hier aus Göttingen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal beim André vorbeiguckt oder mal bei uns vorbeiguckt. Sehr gerne. Überall gibt es lecker Kaffee und Cola Fanta gratis. Ansonsten würden wir sagen, viel Spaß mit dem Video und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.